Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten Klemmer Steinbaus und ich habe mal wieder was besonderes für euch mitgebracht und zwar von Kid Land Click Play & Go, den Feuerwehrleiterwagen exklusiv von Kaufland. Das ist natürlich nicht ganz richtig, denn der ein oder andere wird dieses Set schon unter einem anderen Label kennen. Und zwar gibt es genau diesen Feuerwehrwagen auch als Playtiff Clippies Set, wo wir ja jetzt ein kleines Déjà-vu haben. Darauf aufmerksam gemacht hat mich der liebe Traveller, der hat mich auf Instagram angeschrieben, vielen lieben Dank und da habe ich gedacht, das muss ich mir natürlich anschauen. Ich habe ein bisschen recherchiert, es soll auch derselbe Hersteller hier hinter stecken wie bei den Playtiff Clippies, es ist ja auch dieselbe Kette. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir hier dieselbe Qualität wie bei den Clippies bekommen. Was mir nur aufgefallen ist, die Clippies kosten ja 15,99 in der M-Variante. Das hier entspricht so einem Clippies M-Set und wird für 17,99 verkauft. Auch gibt es ganz kleine Kid Land Sets, die auch wie die Clippies sind. Diese werden für 3,99 direkt im Laden verkauft. Ein Äquivalent zu den L-Sets habe ich leider noch nicht gesehen. Wo wir ja bei den Clippies den Tempel und die Polizeistation zum Beispiel hatten. Ich bin natürlich super gespannt auf dieses Set, ob wir hier wieder vom Supermarkt solche tollen Steine bekommen, wie wir das eben schon bei den Clippies hatten. Auch wenn das natürlich mit 17,99 nicht mehr so ein großer Preisknaller ist, wie bei den Little Playtiff Clippies für 15,99. Trotzdem, wenn das hier eine gute Qualität ist, ist es in fairer Preis, damit da Kinder damit spielen können. Ich habe vor allen Dingen jetzt die Erfahrung gemacht, dass es zumindest bei mir in der Umgebung, bei Kaufland, diese Sets noch in Masse gibt. Das war ja bei den Little Sets eher anders, die waren ja doch sehr, sehr begrenzt verfügbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze dann hier entwickelt. Aber kommen wir jetzt endlich zum Set und zwar dieser Feuerwehrleiterwagen hat 272 Teile und 4 Figuren. Hier haben wir nochmal so einen tollen Werbetext, alle wichtigen Informationen, das Set nochmal in klein abgebildet. Und das Logo, wie gesagt, die heißen nun jetzt nicht Clippies, sondern Kid Land Click Play Go. Und wie wir das auch schon von den Clippies gewöhnt sind, ist hinten nochmal die Beschreibung in super vielen Sprachen. Ich finde ja diesen Teil hier interessant und zwar steht hier, das Kid Land Click Play Go Klemmbaustein-System ist Teil der Kid Land Spielwelt und sollte nicht mit Klemmsteinsystemen anderer Hersteller verwechselt werden. Kid Land Click Play Go Klemmbausteine sind zu 100% mit Baustellen anderer am Markt befindlicher Hersteller kompatibel, verbaubar und bespielbar. Also das ist so dieser Alibi-Text, bitte verwechselt uns nicht, aber wir sind schon kompatibel, also bitte kauft uns auch in blumigen Worten. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und dann können wir uns zusammen die Anleitung und die Teile-Tüten anschauen. So und hier haben wir schon die Teile-Tüten, sie sind unterteilt in zwei Bauabschnitte und auf den ersten Blick, zumindest von der Farbe und vom Aussehen, wirken die wirklich hochwertig, wie wir das schon von den Clippies gewohnt sind. Aber abschließend über die Teile-Qualität reden wir natürlich immer erst während des Baus. Die Nähe zu den Clippies sehen wir auch schon wieder an diesem Zettel, also man könnte hier oben das Logo austauschen und es wäre genauso, wie wir das in den Clippies-Sets auch vorgefunden haben. Und dann haben wir noch die Anleitung, die ist vom Design auch sehr ähnlich wie die Clippies, nur in einem helleren Farbton gemacht. Es wird vollständig ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 28 Bauschritte auf 13 Seiten. Hier seht ihr auch nochmal den Inhalt der dritten Tüte, deshalb zwei Bauabschnittstüten, in der dritten sind nur die Figuren. Und nochmal so eine Platte, wie wir das auch schon von den Clippies gekannt haben, das würde ich jetzt aber nicht als Bauabschnitt zählen, dass es wirklich nur Figuren zusammenstecken. Und dann habe ich hier nochmal für euch die Teile-Liste. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne an dieser Stelle anhalten, um euch das Ganze mal mit reinzuziehen. Und damit habt ihr auch schon alles an der Anleitung gesehen, denn hinten ist gar nichts mehr, außer dieses Plate-Design. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon sehr auf dieses Set, bin natürlich sehr gespannt, ob es meine Erwartungen erfüllt. Und wir sehen uns gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns nach zwölf Bauschritten das erste Mal wieder und damit nach dem ersten Bauabschnitt. Und man merkt schon, wir haben hier knapp 270 Teile und ihr habt vorhin die Anzahl der Bauschritte gehört. Das geht hier richtig, richtig schnell voran. Die Anleitung ist meines Erachtens in dem perfekten Tempo. Ich habe da richtig Spaß. Es wirft keine Fragen auf. Es ist trotzdem einfach genug für so ein City-Thema. Und trotzdem hat man hier auch als Erwachsener noch seinen Bauspaß. Dazu trägt auch die Teilequalität bei, die hier wieder richtig, richtig gut ist. Also ohne zu übertreiben, das ist mindestens auf Lego-Niveau, wenn nicht sogar teilweise noch ein Stück besser. Das Baugefühl, die Klemmkraft, das ist einfach eine absolute 10 von 10. Und auch vom Aussehen und der Farbtreue ist das richtig gut. Auch die weißen Teile haben eine sehr gute Farbtreue. Und das Einzige, was ich hier von der Teilequalität zu bemängeln habe, sind diese paar Marken auf dieser einen Fliese. Sonst ist die wirklich auf Champions-League-Niveau. Also man muss hier auch wirklich suchen, um irgendwelche Angusspunkte zu finden. Das sind wirklich Top-Teile. Und meines Erachtens sogar noch ein Stückchen besser als bei den Clippy-Sets. Auch bauen wir hier richtig, richtig massiv. Also das sind hier wirklich Steine auf Platten. Hier ist keine Luft umbaut. Das bekommt ein Gewicht, das ist super stabil. Also wenn das so weitergeht, ist das auch richtig gut bespielbar. Ihr seht schon, bis jetzt hat mich das Set wirklich überzeugt. Und ich hoffe natürlich, dass das bis zum Ende auch so bleibt. Wir finden es zusammen heraus und wir sehen uns gleich nach dem zweiten Bauabschnitt. Und damit mit dem fertigen Set wieder. Und fertig ist auch schon unser Feuerwehrleiterwagen. Die Sticker habe ich dieses Mal wieder nicht aufgeklebt. Ich muss sagen, ich vermisse sie aber hier auch nicht drauf. Zur Konstruktion und Steinequalität kann ich nur genau dasselbe sagen wie im Zwischenbauschritt. Die Konstruktion ist wirklich super, hat super viel Spaß gemacht. Und die Steinequalität ist auch wirklich top. Es gibt nur zwei kleine Punkte, die jetzt noch aufgefallen sind. Die Angusspunkte haben sich in dem zweiten Bauabschnitt ein bisschen vermehrt. Und wir haben eine minimale Farbabweichung bei diesen Einmal-Zweier-Plates zu den restlichen Steinen. Die Einmal-Zweier sind ein bisschen dunkler. Sonst sind das wie gesagt Weltklasse-Steine. Schon bei den Clippies hatten wir ja richtig gute Steine im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die Steine hier haben nochmal so einen Sprung gemacht, dass der 2 Euro Aufpreis im Vergleich zu den Playtiff-Clippies hier auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Vom Aussehen ist es eben einfach ein kleiner City-Feuerwehrleiterwagen. Natürlich ist das jetzt nicht das riesige Detail-Highlight. Aber ich finde, man erkennt ihn. Er sieht für City auch nicht wirklich schlecht aus. Am besten gefällt mir da wirklich der hintere Teil, dem Leiteraufbau. Das Führerhäuschen ist mir ein bisschen zu eckig. Aber das ist eben City angepasst und für den Maßstab wirklich in Ordnung. Aber viel wichtiger bei City ist ja natürlich, wie gut kann man damit spielen. Und dafür sind die Funktionen sehr wichtig. Erste Funktion, der kann natürlich rollen. Und der rollt richtig gut. Wir haben hier kaum Widerstand. Also das ist wirklich sehr gut. Dann, liebe Kinder, ihr könnt die Ohren spitzen, wenn ihr nur Lego kennt. Wir haben Tür, die man sogar öffnen kann. Und es geht weiter. Wenn wir hier das Dach abnehmen, dann finden wir einen Innenraum, der natürlich auch ein bisschen spärlich eingerichtet ist. Aber wir haben einen Sitz und ein Lenkrad. Das ist ja schon mehr als bei den Lego City-Sets unserer Zeit. Und wir haben hier auf jeden Fall genug Kopffreiheit, um auch eine Figur mit Helm reinzusetzen. Dann haben wir hier einen Löschschlauch, den wir abnehmen können und auch wirklich rausziehen können. Das Ganze ist hier mit einem Strick gemacht. Und glaubt mir, das kann man sehr weit ziehen. Also wir sind jetzt so weit. Und ich habe noch nicht mal ein Viertel davon rausgezogen. Beachtet bitte meine Bindekünste nicht unbedingt. Das Ganze kann man ein bisschen schöner machen, wenn man da begabter ist. Und dann können wir das Ganze natürlich auch wieder aufrollen. Als nächstes haben wir vier verschiedene Klappen, die wir öffnen können. Da haben wir auch nochmal Stauraum. Dasselbe auf der anderen Seite und zwei hier hinten. Insgesamt wie gesagt vier. Und natürlich das Hauptspiel-Feature. Wir haben die Leiter. Die ist 360 Grad schwenkbar. Wir können sie nach oben und unten einstellen. Und wie sich das für einen Leiterwagen gehört, auch ausziehen. Dieses Klappgelenk hat eine super Qualität. Das heißt, man kann das wirklich so einstellen, wie man es möchte. Und es hält auch. Genauso wie die Leiter, die immer in dem Zustand einrastet, wie man sie eben gerade braucht. Ich hatte am Anfang ein wenig Angst, dass dieses Drehen hier zu locker ist. Und das dann beim Spielen hier unkontrolliert rumbackelt. Aber auch dort haben wir Abhilfe. Denn wir haben hier dieses schwarze 1x2er Plate. Und die Noppen passen perfekt mit der Leiter zusammen. Sodass wir die bei der Fahrt hier wirklich arretieren können. Die ist fest. Und dann wackelt hier unten auch nichts rum. Das finde ich immer sehr schön, wenn an so etwas gedacht ist. Und was ihr hier seht, ist ja noch nicht mal alles. Denn wir haben noch ein bisschen Zubehör. So ein kleines brennendes Fass. Ist ein bisschen wenig zum Löschen. Aber man kann sich ja auch später nochmal was anderes bauen. Zum Beispiel könnte man sich ja auch so ein kleines Kiddycraft-Rennauto oder so ein Pickup-Truck kaufen und in Flammen setzen. Man hat ja mit Klemmbaustein unbegrenzte Möglichkeiten. Und wir haben auch noch die Figuren dazu. Das sind erstmal zwei von den insgesamt vier Figuren. Wir haben hier einen Feuerlöscher, eine Axt, eine Schaufel und noch eine Axt. Die Figuren sind natürlich gewöhnungsbedürftig für jemanden, der den eigentlichen Lego-Figuren-Style mag. Sie sind sehr bauchig, aber dafür eben meiner Meinung nach auch sehr weit von den Lego-Figuren weg. Es ist keine Verwechslungsgefahr da. Und auch meines Erachtens dürfte es hier niemals Probleme in irgendeiner Art und Weise beim Verkauf geben. Und davon abgesehen muss man zugeben, die Drucke sind einfach sehr schön hier auf dem Rücken. Auch wenn sie recycelt sind. Die Gesichter sind ausgearbeitet. Davon abgesehen, dass die Figuren ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussehen, sind sie auf jeden Fall sehr hochwertig. Auch die Kraft von den Armen und den Beinen ist hier perfekt. Neben den Zweien an der Front haben wir noch diesen netten Kerl. Ich würde sagen so ein bisschen Koordinator. Hat die obligatorische Kaffeetasse dabei. Hat ein Walkie-Talkie dabei. Auch die Brust und der Rücken sind wieder bedruckt. Und dann haben wir noch diesen Kollegen. Brust- und Rückendruck ist genau gleich wie bei den Frontmännern. Hat aber auch ein Walkie-Talkie dabei. Und kann die Kollegen bei der Arbeit sehr rumscheuchen und anschreien. Und hier kommen schon wieder die Playtiff-Klippies-Gefühle hoch. Dort war auch immer so eine bedruckte Platte mit dabei. Genauso wie dieser Teile-Trenner, wo auch Playtiff-Klippies-Gefühle auf jeden Fall wieder hochkommen werden. Und damit haben wir alles zusammen. Und auch wenn es jetzt 2 Euro mehr kostet als die Klippies-Sets, ist das auf jeden Fall eine richtige Ansage. Man kann damit super viel Spaß haben. Wir haben schöne Spielfeatures, eine tolle Teilequalität, eine super Anleitung. Und damit würde ich das genauso empfehlen wie die Klippies. Ich hoffe natürlich, dass wir hier nicht ähnliche Probleme wie bei den Playtiff-Klippies haben. Dass wir dann keine Verfügbarkeit haben, viele Reseller haben, die die Dinger dann überteuert versuchen zu verkaufen. Ich hoffe, das hat Kaufland ein bisschen besser im Griff. Und dann ist das wieder so ein Set, mit dem Kinder richtig viel Spaß haben können, ohne super viel Geld auszugeben. Und genau darum sollte es bei Klemmbausteinen gehen. Dementsprechend gibt es auch für dieses Set wieder von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich werde mir auch weitere Kidland-Sets anschauen. Und ja, die Frage aus dem Titel ist hier beantwortet. Meines Erachtens sind das die neuen Klippies. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, vielleicht auch von Klippies oder jetzt von Kidland, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Damit helft ihr uns als Community sehr weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Abo, darum in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.